Hey, schön, dass du dabei bist. Wir reden heute darüber, betet man schon für Vorspeisen? Okay, es ist eine komische Frage, aber es ist essentiell für unseren christlichen Glauben und wir fragen uns das so oft, wenn wir essen gehen. Deswegen thematisieren wir heute diese entscheidende Frage für uns als Christen. Wie schon gesagt, heute reden wir über Vorspeisengebete, weil wir wissen oft nicht genau in dem Restaurant, wann beten wir, was beten wir und wer betet. Soll ich oder du? Das ist alles sehr verwirrend. Deswegen werden wir heute über all das sprechen. Wir sprechen als erstes über Chips und Salsa. Die stehen oft an dem Tisch, bevor man sitzt. Also wie soll man dafür vorher beten können? Nein, dafür musst du auch nicht beten. Viele fragen sich über Appetizer oder Vorspeisen, betet man darüber oder nicht? Du musst nicht für Appetizer beten, wenn danach eine Hauptspeise kommt. Erleuchtung. Salat. Salat ist eine der größten Herausforderungen in unserem christlichen Glauben beim Essen. Und zwar gibt es große Salate, kleine Salate, Salate als Vorspeisen, Salate als Hauptgang. Du musst für den Salat nicht beten, wenn er klein ist und du ihn als Vorspeise kriegst. Wenn du den kleinen Salat aber kriegst, wenn die anderen ihr richtiges Essen kriegen, dann musst du logischerweise dafür beten. Das ist dann aber keine Vorspeisen-Kategorie mehr. Also behaltet euch einfach, wenn es Dressing hat, braucht es kein Blessing. That was so funny. Betet man für Kaffee? Nein, Leute. Stellt euch mal vor, einer sitzt im Starbucks. Herr, segne meinen Kaffee und alles, was dazugehört. Halleluja, Halleluja. Betet man für Suppen. Das kommt auf die Größe an. Die Suppengröße, die in eine Tasse reinpasst, wenn ihr sie umschütten würdet, dafür müsst ihr nicht beten. Für alles, was größer ist, also eine große Suppe, dafür solltet ihr beten. Jeder weiß, wenn man Hamburger bestellt, dann wird gebetet. Außer es sind Mini-Hamburger. Ich weiß, das macht das Ganze etwas kompliziert, aber dafür müsst ihr dann auch nicht beten. Pommes. Da spalten sich die Religionen. Manche sagen, betet immer bei Pommes. Manche sagen, betet nie bei Pommes. Es gibt die goldene Regel bei Pommes. Bis zu drei Pommes brauchst du nicht zu beten, danach schon. Aber jetzt fang bitte nicht an, nachdem du drei Pommes gegessen hast, dafür zu beten. Kommen wir zum Nachtisch. Ganz schwierige Situation. Oft sagen wir so, wollen wir nach der Show, also wir haben vorher richtig gegessen, gehen zur Show, wollen wir nach der Show noch irgendwie so ein Eis essen oder noch irgendwie so ein Crumble-Kuchen-mäßiges Ding essen. Und müsst ihr dann dafür beten oder nicht? Nein, ihr müsst nicht dafür beten, weil die Nachspeise sozusagen ist einfach nur ein bisschen verschoben nach der Show und euer Gebet, das wirkt noch sozusagen. Von eurer Hauptspeise ist das die Nachspeise, deswegen müsst ihr dann dafür nicht beten, auch wenn es zeitlich ein, zwei Stunden getrennt ist. Haltet die Hände während des Gebets. Das ist eine wichtige Frage. Und das kommt auf die Situation an. Seid ihr eine Familie, ein Hauskreis, ein Pärchen, dann natürlich. Wenn ihr aber gerade ein Tinder-Date habt, dann könnte das so ein bisschen das Ganze sprengen. Das größte Problem bei Vorspeisenden Gebeten ist allerdings, wann man beten soll. Die Hälfte aller Bedienungen weltweit kommen immer dann an den Tisch, wenn man gerade anfängt zu beten. Also passt auf, dass eure Bedienung weit genug weg ist, dass ihr genug Zeit habt zum Beten. Und zum Schluss noch, wer am Tisch soll beten? Viele Pärchen sagen, der Mann. Aber Leute, wir haben 2019. Viele suchen auch die geistlichste Person am Tisch. Sie soll beten, weil das Gebet dann am mächtigsten ist. Also ein Pastor, ein Gruppenleiter, ein Missionar oder sogar ein christlicher Blogger. Ein Jugendpastor ist auch gut, aber der ist nicht so hoch im Ranking. Wenn du nur eine durchschnittliche Person bist am Tisch mit deutlich geistlicheren Menschen, dann bist du so gut wie vom Tisch. That was so funny again. Weil wenn dich Gott fragt, wie er denn das Essen segnen soll, dann würde ich sagen, keine Ahnung, frag doch deinen Pastor, der arbeitet für dich. Schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich weiß, dass das Ende keinen wirklichen Sinn macht. Wenn ihr euch fragt, was dieses Product Placement im Hintergrund zu suchen hat, dann können wir euch sagen, wir wollten sein wie die Großen. So ein Kameramann seine Idee? Ja. Schaut gut aus, ne? Sieht eher aus wie so eine Beerdigung. Mit der Rose, der Kerze und dem Koffer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne abonnieren. Dann bekommst du immer weitere coole Videos von uns über Themen, die euch als Christ beschäftigen und die ihr vielleicht noch nie so beantwortet bekommen habt. Wie dieses Video, sollte man für Vorspeisen beten, ja oder nein? Und ihr wisst, man sollte für nicht für Vorspeisen beten, wenn danach ein Hauptgang kommt. Viel Spaß, tschüss und schön viel Segen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.